Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Abkings, heute mal mit einem weiteren Pflege-Set aus dem Online-Shop ParfumDreams.de Das beinhaltet ein Deodorant von TNT, ein Udo Toilette von Laura Baggiotti und ein Geschenke-Set von Ralf-Loreen. Da ist dabei ein Duschbad, dann hier ein kleines Paket, dort verbirgt sich eine Taschenlampe, so, hier sieht man sie auch. Und dementsprechend hier der Tischläufer und ja, jetzt zeige ich euch die Produkte einfach mal in Nahaufnahme und erzähle was dazu. Kommen wir nun zum TNT Naturalspray, so sieht es aus, was eigentlich gleich auffällt ist, es ist sehr sehr schwer im Gegensatz zu normalen Deodorants. Und ja, wir drehen es einfach mal um, hier sehen wir es nochmal, TNT, Diamit für die Sinne. Dieser hautfreundliche Deodorant Naturalspray mit dem explosiv provokanten Duft von TNT wird zuverlässig frisch. Ich wollte sagen, das riecht sehr sehr aromatisch und ist natürlich perfekt geeignet nach dem Sport. Und ja, das ist eben das TNT Deodorant Naturalspray. Das hier ist das Polorette Ralf-Loreen Haar- und Körperduschgel. So sieht es aus, 50ml sind drin. Die Duftnote ist, ja, holzig, kann man sie beschreiben. Und ja, riecht natürlich sehr schön, wenn ihr geduscht habt. So sieht es aus, das ist wie gesagt, das Duschbad von Ralf-Loreen. Ja, jetzt kommen wir zum Laura Bajetti's Uno Toilette Essence di Roma. Das ist eben ein Parfum, was eben den Duft des neuen Aroms einfangen soll. Am Anfang riecht es noch nach Geraniennoten und zum Schluss riecht es eben nach leckerem Vanille. Und riecht so immer sehr sehr frisch. Und ich muss sagen, hat mir sehr sehr gut gefallen das Parfum und würde ich auf jeden Fall empfehlen für jeden Mann. Und gerade auch im Büro zum Beispiel, beim langen Arbeitstag ist nicht so aufdringlich und eben doch sehr frisch. Und ja, das ist eben das Udo-Verfügen von Laura Bajetti.